Hoch und Bein Richtung Lauchs! Oliver Lauchs! Der Mann ist bei Lauchs! Lauchs kommt da! Das ist der Haustieg! Das ist der Haustieg! Das ist der Haustieg! Fußball schreibt Geschichte, ne? Fortuna Köln war meine erste Probestation. Mit meinen 35 Jahren nochmal in der dritten Liga gespielt zu haben, das war für mich eine Ehre. Für unsere Kaderzusammenstellung, mit unserem Budget, ist es nicht selbstverständlich, einfach so dritte Liga zu spielen. Wenn wir eine schlechte Saison spielen, steigen wir ab, ganz einfach. Ich habe dann schon über die Zeit den Ehrgeiz entwickelt, aus dem, was bei Fortuna Köln da war, ein Fußballunternehmen zu machen und ein hoffentlich erfolgreiches Fußballunternehmen zu machen. Ohne Michael hätte man es vielleicht gar nie geschafft. Wo man sich trotzdem immer wieder kritisch hinterfragen muss, rechtfertigt, dass der so viel Geld in etwas zu investieren, nur wenn man eine emotionale Beziehung hat. So viel Liebe wie bei der Fortuna habe ich noch nirgendwo bekommen. Also weder im ASV noch in der CDU, da bestimmt nicht. Ein Stück weit gibt die Fortuna der Fußballstadt Köln auch ihre Würde zurück. Schaut euch das an! 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 Vielen Dank.